jetzt hat es wieder besser ein bisschen ok ich würde sagen Loll was hat der für grüppel Hände die wird sagen wir fahren jetzt wieder dahin über die nachts dauert ja nur nicht lang nur so ein zwei Minuten komm schon coole Hand hast du übrigens hier sieht man mal das ist 3D die Hand ich höre die Hand links so cool könntest du bitte mal schneller fahren und die schon auf breit breit sie weil er hat sich nicht die ganze Zeit fast überhaupt nichts gesehen ich habe auch nicht viel mehr gesehen für youtube ist halt gut und breit also halt 100 prozent zu zocken und jetzt waren wir zu nach hause jetzt im bett auch noch mitnehmen können wir sind auch starke kürzeln hochkürzung nur das sind schon wieder die kühle und alles jetzt hassen welchen zimmer aufgehalten haben Und gleich wird wahrscheinlich unser Haus ein, äh, unser Haus selber sein. Da hinten irgendwo muss es sein. Wir kommen ganz schön nah. Wir können es schon langsam mal aufbauen in unser Haus. Und? Wir fahren direkt auf unser Haus zu. Auf. Nein, das lasse ich jetzt lieber mal. Und jetzt können wir schon langsam, ein bisschen langsamer fahren. Und bremsen. Und schön rein, da. Hey. Boote, du kommst jetzt und... Oh, und dann... Fährst du für dich ja nicht mehr. Ah, tschuck. Du bleibst nicht stehen. Nein, ich will nicht tun. Blut, Blut, Brut. Brut, man nicht. So, du triffst jetzt sofort um, oder wir fahren. Okay, dann fahren wir. Ah, alt. Oh, das war so richtig knapp. Zombie. Nein! Bleibst zu. Tür. Wir haben nicht viel mitgebracht. Wenn du dich fragst, was das ist. Ja. Herr DJ. Ist das auch ein Block? Ich denke mal nicht. Das mache ich jetzt einfach auch mit. Ich mache immer gerne mein Inventar leer und dann wieder voll am nächsten Tag. Weil ich... Ich brauche es halt einfach geordnet. Weil sonst weiß ich nie, wo was hingehört. Das ist bei Terraria und hat bei mir... habe ich Hunger? Nein. Monsters. Verpisst euch. Danke. Monsters, die euch verpässt habt. Die sich verpässt haben. Hallo? Da könnte ich nicht sehen. Ich habe keine... Wir haben keine Angst vor dir, weil wir dich nicht sehen können. Ich habe keine Angst vor dir, weil ich nicht mehr verpässt habe, weil ich nicht mehr verpässt habe, weil ich nicht mehr verpässt habe. sie hat sich ein bisschen hässlich aus aber ich hoffe mal von Anfang reicht es reicht nicht rufig mal anfang zu machen schloss weniger wasserverbrauch ist gleich mehr Energie ihr werdet vielleicht bald ein Let's Play von Gary Smart von mir sehen es ist gut ich muss jetzt so 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 und stückstück und das war schon wichtig zu nehmen kann und so zu so 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 wie es sich noch bis da gemacht so 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 da und 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 das muss ich jetzt glaube ich so lassen weil da muss man ja raufkommen da das sind da hätten wir das auch wir brauchen jetzt noch Wasser außer bis zum Umfallen aus einem Wort der Packers Puckett Puckett oder Puckett ist mir egal Nein! Oh, das war glücklich Das ist das irgendwo so ein Loch Fail 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 2 Fail hoch 2 Überhauptsicht von meinem Letzten oder Hm Hm Das ist immer so knapp und dann am Ende sind wir da hinten Na können wir wieder tauchen und dann tauchfähigkeiten und so Beweis stellen Kometa hoch Ja komm wir hoch Das musst du jetzt Ah Äh schuss nur so dass ich liebe es hat sich nicht so kündig an allo tschüss hallo die Lübe Bye Hallo Oh, jetzt habe ich eine Idee bekommen